Ja, Ceri, ich komme, ich komme, ja, ich komme. Den Weg kennst du, fangst, gell, Ceri, du weisst ganz genau, unten durch und den Stegen auf zu der Hilga. Schau, Ceri, jetzt sind wir auf den Stegen, zeig mir mal, wo es durchgeht zu der Hilga. Ja, du kennst den Weg. Siehst, Ceri, und das ist ein Vogelhäuschen, aber du bist ja ein Liebsthäuschen, gell? Du stehst nicht die Vögel in den Stälen, nein, wir wettest schon. Siehst, Ceri, und da wohnt Helga, auf dem Zehrberg, mit einer wunderschönen Aussicht aufs Dorf und das Rindtal. Schau, Ceri, und da ist die Zehrbergfelsen. Schau mal, Ceri, wie wunderschön das ist, ein Zehrberg. Ist auch nicht wunderschön da oben. Und das ist die uralte Zehrbergfelsen. Und da ist wieder der wunderschöne Redberg von der Lina. Da wächst ein richtigen, guter Zehrberg. Weisst du, Ceri, da scheint die Sonne ganz extrem an. Und da geht es nicht mehr lang und dann kommen schon die ersten Blümchen. Und dann gehen wir natürlich schauen. Ceri, siehst du die Hinesreservoir? Ceri Boy, wo ist der Ceri Boy? Wo ist der Ceri Boy? Du bist ganz und ganz und guter Ceri Boy. Ja. 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 Hier musst du mich aber nicht beiissen, gell? Jetzt kann ich wieder ins Spital. Lass es, Herr Jäder, ich sage es euch nicht hier rein. Siehst du? Und jetzt kommst du nicht mehr raus. Ja, und was muss ich jetzt? Jetzt muss ich zu Helga den Schlüssel holen. Der Jäderli hat sich selber befreien aus dem Loch und den Schlüssel von Helga habe ich nicht einmal gebraucht. Und da ist der Hansi. Der macht halt immer ein bisschen Lärm. Der Jäderli hat sich dabei. Ich schluss bitte gleich. Vierer Michael gewert. Die Jäderli hat sich selber befreien aus dem Loch. Ich versuche ihr ihn nicht mit seinen Katzen. Ich schluss. Vielen Dank.